Die Cantor Spa GmbH bleibt für weitere zehn Jahre Betreiber der Alpthermen. Im Rathaus haben Vertreter der Stadt Bad Urach und der Firma den Pachtvertrag unterzeichnet. Die Cantor Spa GmbH hatte vor zwölf Jahren den Betrieb der Bäder übernommen. Der Pachtvertrag läuft allerdings Ende September aus, weshalb die Stadt den neuen Vertrag europaweit ausgeschrieben hatte. Nach eingehender Prüfung aller Bewerbungen hatte sich der Bad Uracher Gemeinderat für den bisherigen Betreiber entschieden.